Mahlzeit. Da sind wir wieder zurück bei Maniac Mansion Deluxe mit Wendy im Schreibzimmer und wir sind jetzt unterwegs mit Wendy, die ja fleißig trainiert hat bei diesen Krafttomaten, zu Bernard. Weil Bernard steht unten am Rolltor, am Garagentor und hat dieses Tor nicht aufbekommen. Wo es auch immer, also was sich auch immer dahinten verbergen mag, vermutlich ein Auto, aber wir wissen es nicht. So, ich werde da mal wieder das Licht einschalten. Ja, da haben wir eigentlich erhofft, dass Ad irgendwie darauf reagiert, dass da das Licht ausgeschalten war, aber hat er nicht gemacht. Da haben wir übrigens auch eine Mikrowelle. Vielleicht können wir die auch noch für irgendwas verwenden. Ich frage mich, ob wir irgendwo ein Kuvert finden oder irgendetwas, wo wir dieses Manuskript, das jetzt wirklich fantastisch geworden ist, wie Wendy sagt, einpacken können und verschicken können. Ich nehme nicht an, dass ich das Manuskript mit diesem Paket benutzen kann, oder? Besser nicht. Nein, da brauchen wir was anderes. Eine Versandtasche oder ein Kuvert. So, schauen wir mal, ob jetzt Wendy das Tor aufbekommt. Öffne eine Garagentür. Das Training hat sich ausgezahlt. Oh, und was haben wir da? Einen Wasserhahngriff. Da weiß ich schon, wo wir den verwenden können. Ein Wasserhahngriff. Ja, dann nehmen wir diesen Wasserhahngriff und dann werden wir die Nummer von der Etna nämlich rausfinden. So, und da steht wirklich ein Autor und zwar Etzel. Etzel. Und da noch ein Aufkleber. Ich Herz Indie. Da steht aber nicht Indie, sondern Et. Und Indie ist eine Anspielung von Einer Jones. Dass er vom selben Hersteller oder von derselben Firma ist. Lukas Arts, Lukas Film damals. Noch 1987. 87. Also das ist eine Zementplatte. Was? Hm. Sie sagt nicht mehr als, hm. Zementplatte. Das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass da irgendwas versteckt ist, ne? Ein geheimer, ein geheimer, ein geheimer Zugang zu einer Falltüre oder was? Zu betoniert. Vielleicht hat man da auch Leichen begraben. Es geht nicht. Also ziehen kann ich nicht. Hm. Drücken. Geht nicht. Hm. Okay. Benutzen. Geht auch nicht. Gut, dann ist das wieder mal so eine Sache, mit der man nichts machen können. Okay. Gut. Da steht jedenfalls noch mal das Auto. Aber das hat keine Reifen. Das steht auf irgendwelchen Plateaus ohne Reifen. Das heißt, obwohl das so sehr, sehr modern ausschaut, mit Raketenantrieb tatsächlich. Umgebauter Raketenmotor. Aha. Wow. Ja. Okay. Aber mehr sagt sie auch nicht. Benutze Kofferraum. Besser nicht öffnen vielleicht. Der Kofferraum ist abgeschlossen. Aber wir haben einen Schlüssel. Da muss ich jetzt gleich mal speichern übrigens, weil wenn man da nämlich das Auto benutzt, kann ich mich erinnern, kann es auch passieren, dass irgendwas, ähm, so passiert. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, was es war. So, dann schauen wir mal. Gib Schlüssel an... Ja, also eigentlich brauche ich sie ja gar nicht geben, weil ich kann es ja selber aufmachen. Benutze Schlüssel mit Kofferraum. Oh, was haben wir da? Ein Werkzeug. Eine Werkzeugkiste. Aha. Können wir die nehmen. Okay. Das war es aber dann schon, ne? Kofferraum. Können wir da noch... Gibt's da irgendwas? Können wir da nochmal reinschauen? Der Kofferraum vom Ätzel. Aber anscheinend nichts mehr zu finden. Sagt er vielleicht irgendwas anderes zum Raketenantrieb? Nein. Er sagt auch nur... Boah. Okay. Gut, dann haben wir ja jetzt Werkzeug, ne? Eine Werkzeugkiste. Wahrscheinlich gefüllt mit allen möglichen Werkzeugen. Vermute ich jetzt mal. Aber er sagt es ja nicht näher. Tja, diese Zementplatte kann auch eher wahrscheinlich... Hm, hm. Nein, der sagt auch nicht mehr dazu als... Ja. Und ich habe auch jetzt auch nichts, womit ich diese Zementplatte wohl aufbekomme, ne? Hm. Gut. Also ich werde jetzt, glaube ich, nicht versuchen, mit dem Schlüssel das Auto zu benutzen, weil ich, glaube ich, weiß, was dann passiert. Das Auto wäre dann auf jeden Fall weg. Und das könnte man aber noch brauchen. Hm. Da fällt mir auch nämlich schon wieder ein, für was diese Zementplatte ist. Aber da würde ich jetzt spoilern, wenn ich das sagen würde. Deswegen... Schauen wir mal weiter. Moment, da muss ich mit Wendy gehen. Weil... Es gibt noch einen zweiten Ort, wo man... äh... stark sein muss. Also wo man... hinkommt, nur nachdem man den Krafttomaten benutzt hat. Dementsprechend muss ich da mit Wendy hingehen. Und das ist vor der Haustüre. Frauen hinter den Herd, ne? Wurde wohl schon lange nichts mehr benutzt. Oder lange nicht mehr benutzt. Ja, dann mach doch. Du bist doch eine Frau. Frauen müssen schließlich am Herd stehen. Bevorzuge die Mikrowelle. Dann erfüllt sie dieses Frauenklischee aber nicht. Wie dumm. Da steht übrigens Dave. Den haben wir ja abgestellt. Beide es noch ein Paket kommen sollte. Und das war dieses Gitter. Das wir am Anfang gesehen haben und... verrostet. Das können wir, glaube ich, jetzt öffnen mit diesem... Nachdem sie den Krafttomaten benutzt hat, letzte Folge. Einfach. So schnell geht das, ne? Ein bisschen Krafttraining und schon kann man Gitter öffnen. So. Und da sind wir jetzt... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das schaut aus wie Wasserleitungsrohre. Und da führt uns das einerseits zu diesem Fußbodengitter. Nett. Wo wir vorher gerade waren. Und wo Burnout... Nein, Dave in der ersten Folge dieses... Den Farbentwickler runtergeschmissen hat. Und der... Da liegt er. Der Farbentwickler. Ah, der Film. Filmentwickler, nicht Farbentwickler. Und da fällt mir auch wieder ein, für was dieser Schwamm da war. Da können wir jetzt aufsaugen damit. Oder auch nicht. Ich benutze Schwamm mit Wasser mit. Fütze mit Entwickler. Und dann geht das doch nicht. Okay. Ich nehme an den Entwickler. Flüssigkeiten kann man nicht so nehmen. Vielen Dank, Wendy. Ich habe es dreimal vorher probiert mit einem Schwamm. Das geht nämlich auch nicht. Frau Physikerin oder was auch immer, die jetzt da so klugscheißerisch tut. Man kann aber... Leider kann ich das nicht machen. Ich weiß nicht, warum sie da nicht dazu fähig ist. Flüssigkeiten mit einem Schwamm aufzunehmen. Liebe Wendy, kannst du mir das erklären? Gut. Und wo sind wir jetzt? Aha. Haupthahn. Das ist der Hauptwasserhahn. Ja, und ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Nämlich daran, dass wir damit das Poolwasser auspumpen können. Und da steht Bernhardt ziemlich gut bereit. Da muss ich jetzt trotzdem noch mal speichern, weil das ist nämlich dasselbe wie mit dem Strom. Wenn ich das Wasser, den Hauptschalter vom Wasser abschalte, den Haupthahn, kann es passieren, dass der Reaktor überhitzt und das Haus in die Luft fliegt. Was zwar vorher nicht der Fall war, aber vielleicht ist es ja beim Wasser so. Dann werden wir jetzt diesen Haupthahn ausschalten. Besser nicht. Dann drücken wir ihn vielleicht. Es geht nicht. Warum nicht? Ziehen. Schließen vielleicht. Öffnen. Öffnen geht. Okay. Da kommt wieder dieser liebliche Alarmton. Dann kann man schnell runter. Den Pool. Da ist ein roter Knopf. Den kann man jetzt... Ah, jetzt kommt das. Oh nein. Der Pool ist schon wieder leer. Jetzt schmilzt mir wieder der Reaktor. Wie soll ich denn die Welt übernehmen, wenn das Budget so klein ist? Ach, die Welt will übernehmen? Immer diese billige Ausrüstung. Junge, wird der Meteor sauer sein? Tentakel, stillgestanden! Ja, so, Dr. Fred, Sir. Pool-Potentakel zu Befehl, Sir. Schnell, überprüfe den Reaktor. Jawohl, Sir. Auf diese Szene habe ich vorher gewartet. Okay, jetzt müssen wir schnell sein. Gehe zu leuchtenden Schlüssel. Der Schlüssel leuchtet. Ja, nehmen wir ihn. Können wir den Radio auch noch schnell nehmen? Nimm Radio. Ja, und da sind Kühlstäbe, hm? Das sind radioaktive Kühlstäbe. Glaube nicht, dass wir dann mehr machen können. Ich gehe sicherheitshalber mit Bernhard wieder rauf. Tentakel ist schon da. Hm, hier ist niemand. Ja, weil wir den Wasserhahn abgeschalten haben. Du Tentakel. Gut, dann müssen wir das mit Wendy machen. Schließe, Haupthahn. So, alles in Ordnung, hm? Es passiert nichts. Ich glaube, Tentakel kommt da nicht durch. Ich glaube, Tentakel checkt auch nicht, dass er da her muss, und dass das der Wasserhaupthahn war, und nicht der Stromhaupthahn. Gut. Das Problem ist, wenn ich mich zu lange da aufhalte, dann überchickst der Reaktor. Und, ja, wenn das Wasser gefüllt wird und Bernhard ist unten, dann wäre Bernhard jetzt tot. Deswegen bin ich jetzt schnell wieder raufgegangen. Aber wir haben ein Radio gefunden. Ein Hightech-Funkgerät. Aha. Meint ja damit das Radio wahrscheinlich. Aber ein Funkgerät würde auch in die andere Richtung funken. Also nicht nur empfangen, sondern auch senden. Ich weiß nicht, was das jetzt meint. Kann man das irgendwie öffnen? Batterien. Okay, aber wir haben schon Batterien, hm? Ich glaube, die sind neu. Achso, weil er bei den ersten Batterien ja gesagt hat, die werden nicht lange halten. Wie auch immer, dass er das erkennt. Keine Ahnung. Tja, und der leuchtende Schlüssel, ich vermute schon, wo es da hingeht. Oder wo er passen könnte. Das führt mich eigentlich dazu. Ja, dass wir ins Labor schauen. Es sind ja alle drei Charaktere jetzt draußen. Also aus dem Labor. Aus dem Gefängnis. Stehen alle bereit, dass wir jetzt eigentlich das Labor stürmen könnten. Also ich könnte jetzt die Meteor-Polizei anrufen. Und ja, vorher natürlich die Laboratür öffnen. Mit dem leuchtenden Schlüssel vermute ich. Und dann würden die die Meteor einfach mal abholen. So, Dave, geh mal rein. Aber das wäre jetzt viel zu einfach. Ich glaube nicht, dass das schon die Lösung ist. Vor allem, warum habe ich jetzt noch einen Farben-, also einen Filmentwickler? Den haben wir nicht verwenden können. Das macht keinen Sinn. Drücken bitte, drücken, Dave. So. Und was ist mit dem Manuskript? Wieso kann man das Manuskript nicht verwenden? Das müssen wir auch noch irgendwo hinschicken, aber wir haben noch kein Kuvert. Ähm. So. Ja, ich schalte wieder einschalten. Also hat einen nukleare Reaktor im Keller stehen, der Dr. Fred. Aber Strom sparen, dass wir das Licht hier ausschalten. Tentakel. Gut. Also wir haben jetzt, okay, die Laboratür ist eh offen, das ist gut. So, und jetzt können wir eigentlich einfach da rein, ne? Wenn der Schlüssel passt. Vielleicht täusche ich mich ja und der passt nicht. Schauen wir mal. Oh, er passt aber. Passt doch hier. Dann kann man die Tür öffnen. Oh. Okay. Okay, und da ist natürlich, weil da steht äußere Tür, natürlich gibt es auch eine innere Tür. Ja, da werden wir jetzt nicht reinkommen, nehme ich an. Hm, Zahlenkombination. Also ich nehme nicht an, dass es 1138 ist, ne? Passiert nichts. Aber ich kann mich erinnern, damals am Nintendo, an der Nintendo-Version, war es eine ganz, ganz einfache Kombination. Ich versuch's mal. Okay, sie geht nicht. Und dann wird's kompliziert. Ich weiß ungefähr, wie ich an die Zahl komme. Es ist, äh, ja, aber kompliziert. Das wird sich in dieser Folge nicht ausgehen, weil das ist irgendwas mit den Spielautomaten. Das müssen wir jetzt zum Laufen bringen und, ja, das dauert. Das heißt, wir müssen jetzt noch weiterschauen. Aber ich möchte mich jetzt vor einmal darauf konzentrieren, ja, ein Kuvert zu finden. Wo finde ich denn ein Kuvert? Habe ich was übersehen? Irgendwie muss ich ja das Manuskript verschicken können. Und das schafft die Pflanze als Telefon. Das Telefon ist ja nicht, äh, gegangen, ne? Scheint kaputt zu sein. Das wäre das Nächste, was wir ausprobieren können. Wir haben jetzt nämlich diesen Werkzeugkoffer. Auch wie immer mal das Telefon zu reparieren. Wie immer das funktionieren soll. Das sollte jetzt klappen. Aber Bernhard ist so einer, der sich mit Technik auskennt. Und der kann Sachen reparieren, wenn man, wenn man das richtige Werkzeug hat. Jetzt können wir telefonieren, aber wir haben leider keine Nummer außer 1138. Aber die wird mit dem Telefon nicht gehen. Okay. Und die Nummer von Edna, die steht oben hinter dem Bar, also hinter Ted im Badezimmer. Aber Ted ist im Weg. Aber Wendy hat einen Wasserhahn einstecken. Wenn sie schon nicht das, äh, diesen Fotoentwickler aufsaugen kann mit einem Schwamm, warum auch immer. Vielleicht kann sie das nicht, weil sie nicht technikaffin genug ist. Müsste ich eigentlich mit Bernhard probieren. Mache ich jetzt auch. Weil man kann auch Fotos entwickeln. Ich weiß zwar nicht, wie ich an die Fotos komme, oder wie ich überhaupt an Fotos komme, aber ich weiß zumindest, wie ich an den Entwickler komme. Und es gibt da eine dunkle Kammer. Die steht da nicht zum Spaß. Probier ich das mal ganz kurz, bevor ich raufgehe, zu Ed, Ah, zu Ted. Probier mal aus. Hab ich den Schwamm mit hergegeben? Ja. So. Ob ich das jetzt aufsaugen kann? So, schaffst du es, Bernhard? Diese Flüssigkeit? Nein, geht nicht. Warum nicht? Das muss doch gehen. Da ist auch noch ein Glas. Vielleicht mit dem Glas? Einfach so? Ich kriege so nicht in das Glas. Ja, aber mit dem Schwamm. Benutze Schwamm mit Wasser, mit Glas. Wird nicht gehen. Ah, wir haben jetzt das Wasser in das Glas gefüllt. Okay. Jetzt ist der Schwamm wieder trocken. Ja, damit kann ich es auch sagen. Okay. Ach so, er darf nicht nass sein. Naja, okay. Also gut, wir haben jetzt Schwamm mit Entwickler und wir haben ein Glas Wasser. Das müssen wir sich eventuell merken. Aber mir fehlt dieses blöde Kuvea. Jetzt gehen wir nochmal schnell rauf in dieser Folge zu Ted und holen wir sich die Telefonnummer. Und dann... Ja, werden wir mal anrufen, die Edna. Wenn das funktioniert. Immerhin geht er jetzt das Telefon. Der Ev soll da ruhig stehen bleiben und diesen Kobold drücken, damit die Tür offen bleibt. Ich weiß nicht... Ups. Ob ich da vielleicht ein Kuvea übersehen habe. Ach, da war auch noch was. Das ist ja ein Medizinschrank, der sehr nett ist, aber der lasst sich nicht öffnen, weil man einen Spezialschlüssel braucht. Jetzt können wir jetzt auch noch schnell mit Burnout schauen. Der hat 1000 Schlüssel einstecken. Da muss doch einer passen. Oder? Obwohl, wir haben schon alle ausprobiert. Der Silberschlüssel passte beim Tor. Also zum Ausgang zum Garten. Der rostige Schlüssel war für das Labor. Der gelbe Schlüssel war für das Auto. Das ist der Hausschlüssel und das ist der leuchtende Schlüssel, der zum Labor geht. Aber warte mal. Da war doch noch ein Schlüssel, oder? Ah, nein, war nicht. Ja, das wird dann werden wir auch keine Medizinschrankschlüssel haben. Wahrscheinlich war es da. Ja. Ich gehe mal jetzt alle durch. Nein. Aber nicht mit Wendy. Medizinschrank. Jetzt steht die Wende so blöd im Weg. Wendy, geh weg da. So. Burnout. Nutze leuchtende Schlüssel. Vielleicht passt er überall. Nein. Ja, der rostige wird da auch nicht passen. Ja, und der Autoschlüssel wird da auch nicht passen. Ja, damit hat sich das erledigt. Wir kommen leider nicht in diesen Medizinschrank. So, und jetzt noch schnell die Telefonnummer von den Adner holen. Ja, das nächste wäre natürlich, wir könnten das Paket dann Ad geben. Das ist natürlich zunächst der Malzett. Ähm, nein, das ist der falsche Raum. Ja, da wollte ich. so, creepy Raum mit Miss Mumie und da ist Cosertet. Cosertet. Möchte duschen, habe ich gehört. Deswegen benutzen wir jetzt einfach mal, oder wir müssen es, glaube ich, öffnen, Wasserhahn. Ja. Ruf an, Adner 22 und da vorne ist, da hinten ist 7, 7, 5 gestanden. 2, 2, 7, 5, ne? Okay, das steht eh, Cosertet bewegt sich nicht weiter. Ruf doch mal an, Adner 22, 7, 5. Könnt ihr machen in der Zwischenzeit. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Könnt ihr gerne schreiben, was Adner gesagt hat. Tja, da ist die Mumie ausgewichen, ne? Weil sie nicht geduscht werden will. Dafür haben wir jetzt die Telefonnummer zu Adner. Da unten seht ihr übrigens Spielevorschläge von mir, zum Beispiel Fall Guys Remastered und links oben könnt ihr mich gerne abonnieren und meine Videos in eurer Abobox haben. Bis zum nächsten Mal.